Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war einmal schrecklich und ich habe das durchgelebt. Und meine ganze Familie von beiden Seiten waren vernichtet. Also hoffentlich niemals mehr. This is the place of learning. A lot is going to happen right here, right now, and meeting people, getting to talk and learning from one another probably is the best type of prevention. That anything like a Holocaust never, never is going to occur again. I went to Nizola Shora. My mother is Nizola Toschvitz. And she grew up all the time, she grew up all the time, and she grew up all the time, and she grew up all the time, but she grew up all the time. Versprich mir, dass du nie, 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 wirklich niemals erzählst, dass du jüdisch bist. Geh nicht so nach unten mit dem Blick zwischendurch auch, ja? Bleib oben, das ist ganz wichtig. Wenn ihr so spricht, dann sehe ich nur das. Ich sehe nur das. Die ganze Zeit, wenn ihr so spricht, ja? Das heißt, ihr müsst alle hier, und wenn du zwischendurch nachdenkst, denk nicht hier, denk hier. Je älter ich geworden bin, desto mehr erfuhr ich, dass ich jüdisch bin, dass ich, woher kommt unsere Familie? Sehr schön. Und jetzt denkt, wenn ihr lauter werdet, ist jetzt die Gefahr, dass man dann zu hymnisch denkt, dass man Da müsst ihr sozusagen so eine Linie denken, Legato, ja? Das ist nicht Das ist nicht so eine Linie. ... Ich hole mich also sehr super auf dich, du willst Lahanam. Ich habe dich nicht誇張, geschด Garage, sprach ich. Es liege ich dich auf dich auf dich zu Ko付f yelledaffen. Es scherzten Psych, es schabytes challenges kam, du sie wirklich hand Legends? Ich habe keine meisten Schwarzری bueno. Ich bin kein Mittel abgст. Es hat mir nous gedacht, es macht mich das corps abgedre peque zuーい zum Menschen haben wir vermiss. und es war sehr gut. Wie ist es hier, Mikkelos? Du möchtest dich hier? Ich will nicht, wo ich bin. Ich bin nicht, wo ich bin. Ich bin nicht, wo ich bin. Frau, wo ist Frau? Wo ist Frau? Frau, wo ist Frau? Ich weiß nicht, was das ist. Aber als ich angefangen habe, habe ich herausgefunden. Ich wusste wirklich, was er war. Ich kann nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht so großartig, aber nicht so weit. Ich habe mich auf, was ich habe mir rechtgelegt. Ich komme zum Beispiel, dass ich im Kiel, ich gebe mal einbe. Ich bin einer, ihr zufrieden. Und ich weiß nicht, dass ich keinen Fall noch nie sehen möchte. Oh, du, ein Pffekt. Das ist nicht so großartig. Das ist mir nicht so großartig. Ich habe mich nicht so großartig, aber das ist sehr angenehm, und hatten das Thema dann auch schon durchgesprochen. Also die ganzen Fakten, wie zum Beispiel Hitler an die Macht gekommen ist, was, ja, die Fakten eigentlich quasi, nur trockene Fakten. Ja, uns wurde Bilder gezeigt zum Beispiel. Kann ich mich gut daran erinnern, dass das erste Bild, was ich damals bekommen habe, war ein Bild von Kinderschuhen aus dem KZ. Und das fand ich halt auch ziemlich erschreckend, gerade weil es Kinder sind, unschuldige Kinder. Also am Anfang war ich schon ziemlich nervös, auch die Zeitzeugen kennenzulernen, weil es ist ja nicht was, was jeden Tag einem passiert. Ich kenne ja jetzt die Geschichten, ich gehe da jetzt total anders damit um, weil man halt einfach mit eigenen Augen gesehen hat, was der Holocaust für Auswirkungen hinterlassen hat. Wie man gesehen hat auch, wie schwer es den Zeitzeugen auch gefallen ist, teilweise darüber zu reden, dass man dann gesehen hat, wie die nochmal die Geschichten durchgegangen sind und den Schmerz dann auch quasi an uns weitergegeben haben. Also total emotional. Du bist an ihr zu nah. Du bist zu nah an ihr. Du bist zu. Mach mal dich auf, ein bisschen. Und spiel mal hier ein bisschen das. Mach mal einfach hier. Du guckst, was ich rasiert, der ist zu stumm geworden. Also es war auf jeden Fall nicht einfach. Aber ich finde, wir haben eine gute Formel gefunden. Wir haben gesagt, die waren nicht da, die können nichts dafür. Und dann war es okay. Weil dann mussten sie damit umgehen, dass ich jüdisch bin und nicht ich damit, dass ich, weißt du, dass sie deutsch. Weil für mich sind die Kinder, die haben nichts gemacht. Aber ich bin jüdisch. Und dann habe ich gesagt, ich habe es von vorne herein gesagt. Und ja, dann war es einfach so. Und dann war es einfach so. und dann war es einfach so. Ich bin total clutch. Wira es ihnen zu entde motives, den damen nach dem angenehm oder manche oder楽 said. G underside hat man ihr zufrieden. und ich habe nur ein Abba-Buchhe gesehen, die ich mich für alle Zeit veröffentlicht habe. Ich habe mich für alle Zeit veröffentlicht, für alle Zeit, für alle Zeit, für alle Zeit. Nach dem Schindler, habe ich ein bisschen ömets, um zu reden, 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 ein Mensch, um zu reden, Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist, 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 wie es ist. Ich habe es nicht, wie es ist, 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 wie es ist. Ich habe nicht nachdenkt, bis 70 Jahre alt war. Das war mir. Und hier habe ich heute... Ich habe mir... Es ist nicht klar, es ist nicht klar. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Ich durfte niemand wissen, dass ich jüdisch bin. Anfangs habe ich nicht verstanden, warum. Aber meine Mama war sehr geduldig und hat mir erklärt, dass wenn ich jemandem verraten würde, dass wir jüdisch sind, dass wir umgebracht werden würden. Ich hatte Angst, uns zu verraten, weshalb ich meistens nie sprach. In manchen Dörfern dachte man sogar, dass ich stumm wäre. Ich lebte so bei meiner Tante eine Weile. Nach dem Einmarsch der Deutsch schimponar musste meine Tante ein Zimmer in ihrem Haus einem Natsi abgeben. Es ist nicht möglich zu erzählen mit Worten. Und in der Anfang sah ich, wie sie zwei Binnen und ich, meine Mutter und meine Mutter, das war wirklich erschüttert. Ich habe wirklich gesehen, dass ich sie in diesem Ort gesehen habe. Das war wirklich nervös. Mein Papa rasiert sich genauso. Ja, wo ist dein Papa denn? Er ist nicht hier, er ist auf Reisen. Wie heißt dein Papa denn? Er heißt Jascha Shapiro. Aber jetzt nennen ihn Ali Josef Schrawinski. Frau Janina, das Kind muss weg. Sie wissen warum. Ich glaube, dass halt auch wirklich am Anfang die ganz harten Details ausgelassen wurden. Und irgendwann kamen die halt dann doch. Also irgendwann war es dann schon so, dass man ein paar Geschichten gehört hat, wo man dann saß und sich dachte, wow, wie soll ich jetzt da gerade mit umgehen? Wie soll ich das verarbeiten? Dann, klar, flossen auch die Tränen bei manchen. Oder man saß dann da einfach nur, hat irgendwo hingestarrt, weil man absolut nicht wusste, wie soll ich jetzt, das ist zu heftig gerade. Die ersten Treffen waren so Treffen zum Kennenlernen. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Hemmungen. Ich war etwas zurückhaltend. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt nicht zu viert, fünft oder sechst, wie viele wir da waren, alle mit allem auf einmal kommen. Und dann gehen die nach Hause und können nicht mehr gerade stehen. Aber diese Angst war schnell vorbei. Obwohl ich im Laufe der Treffen schon gemerkt habe, dass es sie recht intensiv berührt hat. Also ich habe die eine oder andere erwischt mit Tränchen verdrücken in der Ecke, um nicht gesehen zu werden und solche Sachen. Auch wenn sie untereinander weiter sehr lebendig und in Anführungsstrichen normal waren. Aber man merkt schon, dass es ihnen nahe ging. Also es ging von mit den Spielchen los, dann mit den kleinen Aufgaben, die schon etwas mit dem Thema zu tun hatten. Dann irgendwann wurden die Geschichten erzählt, was für alle sehr emotional war, sehr schwierig. Und es war auch ganz, ganz wichtig, dass wir psychotherapeutische Begleitung da hatten. Und es gab tatsächlich die Situation, wo Schüler zu uns kamen und sagen, das ist viel, ich träume nachts davon, das bedrückt mich. Also es war einfach wichtig, all diesem emotionalen Bereich Raum zu geben. Je weiß, dass wir sie nicht aufgeben, dass wir sie nicht erzählen können, sie nicht auf einem Weg finden können. Vielleicht haben wir uns mit einer Aufmerksamkeit, die Spr clauses mit der Ecke, die Person mit Frizz, oder bei Zier, oder bei Ziker. Das ist ein Projekt, das ist ein Projekt. Aber es ist nicht so schön. Aber es ist nicht so schön. Ich habe mich zu sehen, dass die Erhöhung von unseren Kindern, die in den Theaternäden, die in den Noreen, die in Deutschland war. Es war ein schönes Gespräch. Ich sage dir, wie ich sage dir? Die Sonne ist noch nicht erwähnt, Ech dmaut hiena metichah Rek hajaldut Lo mizdakene Rek hajaldut Lo mizdakene Neurim Echia Nesaf Kegepen Shanim Ech catches Rek hajaldut Lo mizdakene Rek hajaldut Lo mizdakene Rek hajaldut Malchuta Lo tashub Od lich было Temurat Shum hon Lodchonene Kohlschlaggea Vahasigaliyot Rake Hildod Lomizdakenet Rake Hildod Lomizdakenet Rake Hildod Lomizdakenet Ich kann sagen, dass ich von klein auf irgendwie mit Themen wie Geschichte und Politik groß geworden bin und wenn man sich halt damit beschäftigt, dann stößt man halt irgendwann auf den Holocaust als solchen, auf die Shoah. Einfach aus dieser negativen Einzigartigkeit, die Auschwitz und der Holocaust in der Geschichte haben. Ich habe mich dafür immer interessiert und mich auch versucht, damit auseinanderzusetzen. Mein Papa hat mir viel darüber beigebracht. Ich bin auch in Israel gewesen, vor dem Projekt, war in Jerusalem, war in Yad Vashem. Das hat mich halt ziemlich tief berührt und hat mich wütend gemacht, traurig. Dass man eigentlich genau darauf achten sollte, dass sowas nicht mehr passiert und was die Menschen da wirklich durchstehen, weil das kann wir uns, die selber in der Lage sind, ja eigentlich gar nicht genau vorstellen. Man kann das halt einfach nur nachvollziehen. Man muss mit dem Projekt respektvoll umgehen, mit den Menschen, mit sich selbst und man muss halt so arbeiten, dass am Ende halt stehen bleibt. Und das ist auch irgendwie stehen geblieben. Wir sind halt auf den Trichter gekommen, dass wir vielleicht dafür nichts können, also meine Generation zumindest. Aber wir halt in der Verantwortung dafür stehen, dass sowas nicht mehr passiert. Noch was sagen zu der Frage, wie das für uns ist, oder für mich ist das jetzt in Israel aufzuführen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben damit überhaupt keine Schwierigkeiten und sind sehr neugierig und sehr gespannt. Die waren alle auch noch nie in Israel. Das ist für sie völliges Neuland. Aber die gehen da völlig unverkrampft und locker und sehr angenehm und frei damit um und sie gehen sehr schön da rein. Ich bin 1966 geboren und ich gehe da nicht so frei rein und nicht so ganz unverkrampft. Ich gehöre nicht zur Tätergeneration. Meine Eltern gehören schon nicht zur Tätergeneration. Meine Großeltern gehören zur Tätergeneration. Ganz eindeutig. Ich bin nicht jüdisch. Meine Familie kommt tatsächlich mehr oder weniger von der anderen Seite. Und ich bin sehr gerne in Israel. Ich habe hier sehr schöne Kontakte und viele Freunde gefunden. Aber nach Israel zu kommen ist für mich immer noch was Besonderes. Ich bin sehr gerne in Israel. Ich bin eincart Вот, was ich mittlerweile wiederum. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin auch immer noch einig. Ich bin einig. Ich weiß, dass sie immer noch nicht so gut sind, dass sie immer noch nicht so gut sind. Das ist nicht einfach. Die erste Mal, dass wir vor einer speziellen Veranstaltung ist, um die Zusammenarbeit zwischen den Israelischen Theaternissen und zwischen den Germanen Theaternissen und zu sehen, dass die Veranstaltung zwischen ihnen und zwischen den Menschen Das ist, in meiner Meinung nach, eine Politische Bildung. Und ich bin absolut überzeugt, dass dieses Projekt das match its main goals perfekt und das ist never to forget, und das never again. Ich bin absolut, dass dieser Zeit noch mal steht. Ich bin jetzt noch dann für uns, als Ruhigeibs und Geheimsleimchen, wenn sie so die Zeit hierher guru sind, wie wir nicht ver leversragten uns, wie wir nicht wissen, was ich alleine nicht wahrnehmen. Mord'a unbezültem unnäkommän Schulchän leuwen, aruch lisäude Schulchän leuwen, aruch lisäude Ockel, ockel, Echer Aave Aave Was ich heute gesehen habe, ist eine Tatsache für eine Jahre langer Zeit. Das war nicht einfach in die Mitte. Sie wissen nicht wie wir uns aufhören, und wir wissen nicht wie sie uns aufhören. Sie haben uns auf uns geöffnet, und haben sie in Bekhe gekauft, nachdem sie uns erzählt haben. Jetzt sehe ich, dass die Zeit nicht die Zeit sind, immer weniger. Aber ich bin froh, dass sie uns auf uns gezeigt haben. Sie haben uns erzählt, die ihre Kinder, die uns erzählt haben, Ihr seid unsere Zeitzeugen. Ihr habt keine Mühe gescheut, mit uns zu gehen und wir mit euch. Danke. Ich glaube, ihr werdet euch heute Abend hören, was passiert. Meine Mutter war in Auschwitz. Sie haben nie gegeben, und das ist das, was wir geben uns zu unseren Kindern. Wir geben uns nicht an, wir geben uns an, wir geben uns an. Das ist das, was wir geben uns an. Das ist das, was wir geben uns an. Das ist unser Mission. Das ist unser Mission zusammen. Als Germans, als Israelis, never mind. Als Christians, als Muslims, never mind. Es war großartig. Have a nice trip home. Thank you very much. Wonderful. Wonderful. Thank you. It was amazing. Thank you. Amazing. You were really great. And you were great actors, too. It was a very good show. I want you to know that. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.